Ich glaub äh, 11. November oder so. Ich brauch nochmal eure Goodlucks-Chat. Eure Goodlucks-Chat. Boss Blaster, Living Forge. Boss Blaster, Living Forge. Multi-Striker into was? Multi-Striker into... Let's play Multi einfach. Vengar, Tiny's Titans. Ja, ah, okay. So, Doppel-Zoey. Bow, Dupli, Glove, BF, Belt, Rot, BF, Cloak. Einer. Oh, heißt halt meistens Kalista einfach. Tier, Rot. Tier, Rot. Opi. Gestion. Witchcraft. So. Portal, Witchcraft, Crowns sind nicht so gut, ne? Mit this Medic. Okay. Morello-Tier. Morello-Tier. Das ist ja, glaube ich. Oh Gott, weg mit dem Scheiß, bitte. Was mache ich da für den Blitz? Mache ich da für den Blitz? Hallo, Zoe. Tier, dann Blighting Jewel. Blighting Jewel for me, please. 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 Das ist ganz gut, Gardiner. Bissin Karma-Rice-Flex hier. Blighting Jewel, so ein Blödsinn. So. Oof. Oh, zwei, zuo. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gegner sind Kalista, Kalista, Hecarim, Nomsi, Archangel Rice, Er streitet so vielleicht gar nicht. Six ist der, da sind wir. Hier ist keiner Kam an sich, also Kamer wäre eigentlich das Beste. Kamer wäre eigentlich das Beste. Auf die Fortune irgendwas ist fast nötig. So, acht, zehn. Ich könnte drei Porte spielen gleich. Wenn Jund stirbt gegen alle Resistenzen, ne? Ganz gechillt alle. Da ist Level 6 schon. Lucky. Unlucky. Unfucking lucky. So, Sonjas wäre auch noch okay. Dritter Pick, ne? Nur noch Tier. Karma wäre wahrscheinlich. Oder Rice Preserver und dann Blubub auch. Wem eigentlich? Der pinkt mich hier eigentlich. Ich ping jetzt auch einmal. Ich ping jetzt auch. Ich muss, ich muss rückpringen zum Ablenken. Ja. Dafür ist es auch ganz gut. Ablenkungs-Ping. Mach ich jetzt auch einmal jedes Karostell. Damit die verwirrt sind. Jemand mich anpingt. Is what it is, ne? Ja. Also Jund auch Karostell-Ping, damit keiner meine Sachen noch picken kann alleine. So. Zwei. Vier. Sechs. Acht. Bye. Bin so oder so. Ich glaube ich war kaum, aber für zwanzig. Zwei. Also zwei, vier, sechs, acht. Zwei. Doppelge mover. Muss schon okay sein. So. Wann kriegen wir das nächste? Acht Runden. äh, was ist das? eyy ich magne sein, dann blubuff ich magne sein auf, ähm, auf Gwen what the fuck is this shit wir brauchen einen Bart ja, wir sind auf jeden Fall das hier ihr müsst kurz green, ey, ich hab kein Gold, ey ich hab mein Team so arschteuer ich bekomm in, äh 3-5 bekomm ich nächstes Item Heal your deuce shot Check zeamins Dann Nash das hier bauen, aber vielleicht kriegen wir den jetzt auch noch. So, Islas, Gwebben. Was Deox hier ist. Oh, hier? Was? Proper Remover. I'm sure it's okay. Was Deox, gibt mir mehr Damage und mehr Tankiness, ne? Okay, gibt mir beides. It's fine. Holy shit. Das war ein bisschen zu close. Boah, bin ich stark genug, um Gold zu farmen? Boah, was gegen die drei, ja. Die drei theoretisch ja, aber der zig Spiel hat auch sehr stark. Was ist okay, woher? Was ist okay? Was ist okay? Ich gebe noch Bow. Wo könnte ich auch statics bauen? Wo statics sind? Das sind Titans. Da Death Defiance so hier, ne? Manus in Sonja, das muss ich Gwen geben. Wie ist das hier? Egal. So einen Bart suche ich eigentlich. Suche einen Bart, bitte nicht Level 8 geben. Okay, Gegner sind Kalista, Kalista, Heka, Nomsi, Reiss, Reiss Preserver, Varus. Ich muss irgendwas anpingen, was ich brauche. Ich ping jetzt irgendwas an. Ich ping auch immer. Ich habe mich letztens noch gepinkt. Einfach Ablenkungsping. Okay. So, wir können Fiora mitnehmen. Low BT. Wir können Tier mit dem statics. Chain Titans wäre auch okay. Okay. Chain Slayer not fastbar. So. Okay. So, jetzt Chancelor Slam. Ich muss spawnen. Ob er auf BT. Wo ist statics und so? Ich würde es eigentlich nicht spawnen. Ich würde es eigentlich nicht spawnen. Auf BT für Fior. Er ist sowieso zu stark. So oder so. Oh Gott. Yeah. In declarier. Ist die Giant Slayer Winnebill? Fuck, Giant Slayer Winnebill! Muss 4-5 warten. Wahrscheinlich. Chill bis 4-5 Game, glaub ich. Okay, das ist ein Hardcore-Chill, ja. Ich baue Giant-Slayer-Kill im Blitz schneller. Vielleicht. 2-2-Diff, oder? Not sure. Not sure. Who knows. So, Fiora, Suspicious Trenchcoat für Fiora wäre auch noch sehr gut. Death Defines auch, okay. Das können wir auch sehr gut rein tun für sie. Die müssen das jetzt machen, glaub ich. Was muss ich geben? Swain oder so? Swain oder so geben, glaub ich. Spannungsm detail. Não kann es schnappen, keine Ahnung. Achblick hat das geht. Flater, 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 Flater Thank You. Lowns, Flater, Flater. Flater, 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 Flater & Flater. And how can we rollins go? Lowns, Flater. Flater, 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 Flater. Flater, Flater, Flater. Oh shit, da habe ich keinen Dranklöcher. Jetzt müssen es vier Dings warten. Jetzt müssen es vier fünf warten. Remover Popima, Dranklöch, Swain. Warte, da habe ich nur Rage-Splates, es ist useless. Es ist, äh, useless. Lass. Your fault is broken. so hello hello alter morddog fucking griefing me man alter crazy das Karma 2 schon scheiße das 4-5 wollen beide Kalister 2 schon können wir auch verkaufen dann verkaufen so Karma Silian Nasus 2 irgendwann 2 und nach 5-2 bekomme ich noch eine okay danach rollen it's time so alles schon Kalister nachholen nachholen also der wollte rice spielen der wollte rice spielen und hat einfach Karma 2 getroffen haha fuck morddog please gib dem rice einfach man einfach rice lass mich in Ruhe oh no bo open your titans bria spian i hate you morddog I hate you, Morddog. Lass mir sie dann rein. Lass uns den einfach noch weiterspielen. Äh. Äh. Ich weiß nicht, was es kam auf 8. Auf 8 ist noch... Ah, Rakan. Rakan, ich will noch. Rakan oder Morgana. So, Blighting Jewel kann ich geben, ne? Falls ich hätte. Trotzdem verloren. Kalista, Baby. Hehehe. 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 Vers 3. So, ... ... ... ... ... ... wir sind fast fertig Arkan Morgana oder so brauchen wir noch Milio ich wollte gerade sagen schaut er mich wieder an und mich direkt der Schlingel können richtig stark werden so wo wir hier Rakan Morgana Rakan Morgana Briar irgendwann von mir aus ich suche hier Death Defiance wäre gut Sterax hier ist quasi Warmox Blighting Jewel suche ich aber insbesondere Suspicious Trench Code suche ich insbesondere auch noch das ist doch Witchcraft ne ich hab euch jetzt missgelen ich hab euch jetzt geintet ich hab euch jetzt geintet Shayne war jetzt vergebendet ok we got it Ange ist hier von now Shayne muss ich kurz chillen ne ich krieg halt noch Orne Items nur so Blighting Jewel da muss ich Morello runter nehmen oder was muss ich hier droppen von der Scheiße Sterax kann ich hier rechts machen Sex Witchcraft irgendwann vielleicht Raider ist so close ist Was soll ich das denn mitnehmen Was wird's sein Das wird's sein, like... Das wird's sein, like... Danke, Grenn. Schwing weg, danke. Grenn protectet mich hier vorne. Get down, Mrs. President! So... An Level 11 komm ich nicht. Nase 2 wär huge. Get down, Mrs. President! Scheiß auf Briar, man. 1. Let's go here, Level 9, I guess. Was wir können. Let's go here, Level 9, was wir können, shit. Pasen rechts, pasen links. Okay, nice. So, chain... Of Niko, for now. Chain, Sparless... For Spastion. So... Drankler... Is komplett scheiße. Drankler kann man droppen. Was besser. Was besser zu haben. Und jetzt, uh, Strikes, again. So... Drankler kann man... Drankler kann man da... Drankler kann man da, noch keine Kalista gefunden. Ich... Ein Klett ist... nicht okay. So... Können wir noch Level 10 erreichen. Also sehr viele Shenanigans, der Typ. Level 9, dann droppe ich Bart und dann können wir 6 Witchcraft spielen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie Level 9 erreichen, irgendwann. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie Level 9 erreichen, irgendwann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe einen Backlanger Kill. Ich habe sehr viele kleine Dingens noch. Ich habe einen Backlanger Kill. Ich habe einen Backlanger Kill. Ich habe einen Backlanger Kill. Ich habe einen Ball. Okay, level up, Raka, komm nie, level up. Ich hab ein bisschen Probleme. Let's go Morgana. Ist auch Hardcar jetzt. Ist das gut auf Morgana? Keine Ahnung. Vielleicht. 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 Morddog, du Hund, der ist level 10 gegangen. Der ist genau jetzt level 10 gegangen, by the way. Morddog, what the fuck? Morddog, what the fuck? Morddog, you're griefing me. Ich hab den das letzte Mal Stage 4 1 getroffen. Den Ash 2 Spieler. You're griefing me, Morddog. Truly. Sucks, man. Das fucking sucks, man. Crazy. Oh, der hat mich irgendwie 4 mal besiegt oder so. Hat mich 2, 3 mal besiegt. Und gegen den hab ich gar nicht gespielt. So troll, Alter. So troll. Actually. Crazy. Das Game sieht auch wieder so clean aus. Will ich überhaupt. Einmal gegen ihn spielen müssen. Da können wir Top 2 werden, glaube ich. Der hat 7 Multi getroffen. Schon. Fuck. Jo. Ah, die Weine. Let's go, chat. Let's go, chat. Kalista. Im Multi. Witchcraft Emblem on Carousel. Ich muss da mal checken. Ich darf hier 6 Witchcraft. Witchcraft Preserver. Also, es ist 8 Witchcraft. 6 Witchcraft ist okay. Ja, 6 Witchcraft ist keine Pflicht. Ja, 4 Preserver und so. Ist sogar besser. Ja, 8 Witchcraft ist broken. 4, 6 sind so okay. Ja. Passiert jetzt auch. 4 Attacks. 7 Dinges. So, let's go, chat. Let's go. Ich weiß, wir können noch Tagessieger werden, chat. Ja. Hier nach Platz 2 sind wir, oder? Ja, hier nach sind wir Platz 2. Glaub ich. Glaub ich. Da ist im Fokus. Und die macht dann, die macht ganz viele Pfeile, ne? Ha, ha. Weil, additional arrow at the nearby enemy with deals physical damage. Oh. Lol. What the fuck? What the fuck? Amazing. Dank auch für 10 Monate. Und Meister hat eine Flaten für die eine Million Kanalpunkte, ne? Willst du einen harten oder weichen Arschtritt haben? Ich bin mal in deine DMs ges... Ich slide mal in deine DMs so. So, hallo Blattmo. Wo sind meine Kanalpunkte? Ich hab doch für Top 4 gestimmt. Wurde noch nicht aufgelöst. Die Ash-Items-Cover habe ich jetzt noch nicht verstanden. Silver Mare gibt dir Stun auf deinen Auto-Tags. Horizon macht Damage. Max CP des Gegners, wenn du die Gegner stunst. Und Ash-Ulti gibt dir mehr Arrows. Das heißt, du machst AOE-Schaden mit deinen Auto-Tags dann. AOE, Stun, Damage. Ich hab einen harten Say-What? So... Krass, Alter. Wieder was gelernt, ja? Ich pick Silver Mare. Gehe Hecarim. Krieg noch Horizon Focus. Dann spiel ich anscheinend Ash. Sieben Multi-Carry. Was sagst du zum aktuellen Patch? Gut gebalanced, oder? Also ich find Kalista ist... Dafür, dass sie so einfach ist, ist ein bisschen zu stark. Ähm... Aber solange du die Tier-4-Kerbit spielen kannst, dann äh... Dann bist du gut aufgestellt in der Meta, ja. Deine Trankhändler, dank auch für 52 Monate. Let's go. Und sich da ein Chat... Und sich da ein Chat... Und sich da ein Chat...